Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Christian Morgenstern, Palmström. Palmström steht an einem Teiche und entfaltet groß ein rotes Taschentuch. Auf dem Tuch ist eine Eiche dargestellt, so wie ein Mensch mit einem Buch. Palmström wagt nicht, sich hineinzuschnäuzen. Er gehört zu jenen Keuzen, die oft unvermittelt nackt Ehrfurcht vor dem Schönen packt. Zärtlich faltet er zusammen, was er eben erst entbreitet. Und kein Fühlender wird ihn verdammen, weil er ungeschnäuzt entschreitet. Ich muss gestehen, ich hege ein großes Webel für Eronie. Ich liebe Doppelbötigkeit, ein Sprechen, das seine wahre Einstellung verhüllt und gleichzeitig offenbart. Zumindest für denjenigen, der zwischen den Zeilen zu lesen versteht. Vor allem, wenn etwas Ernstes sich zum Schluss als heiter entpuppt und umgekehrt, wenn ich beim Lachen sehr traurig werde. Das finde ich sehr schön, das gefällt mir sehr gut. Wie also könnte ich nicht Morgenstern lieben und seinen Palmström? Da steht ein ernsthafter Mann an einem See und muss sich die Nase putzen. Hat der Arme sich vielleicht verkühlt? Hat er Schnupfen? Weht am Teich eine kühle Brise? Oder steht Palmström an einem See, weil der sich auf Baum reimt? Teiche, Eiche. Unterlag in diesem Fall die Realität dem Zwang der Sprache und der Poesie? Ich weiß es nicht. Für jeden Fall besitzt dieser Mann ein großes Taschentuch, das er herauszieht. Es ist rot und darauf abgebildet ist eine deutsche Eiche und ein Mann mit einem Buch. Palmström erstarrt angesichts der Abbildungen. Sie bedeuten ihm viel. Es sind ehrwürdige Objekte, die da abgebildet sind. Inbegriff des Schönen und Erhabenen. Palmström ist ergriffen und faltet vorsichtig, zärtlich das Schnupftuch zusammen. Er schnäuzt sich nicht. Wer könnte es ihm verdenken? Ganz gewiss niemand, der wie er fühlt und Ideale hat, die man einfach verehren muss. Das Problem ist nur, dass Palmström nun den Rotz in seiner Nase hochziehen muss. Aber sei es drum. Ideale sind es wert, dass man nicht recht schnaufen kann. Das Reiz zum Lachen. Dieser Drang zum Hören, der das menschlich, allzu menschlich, unzulängliche nur noch deutlicher macht. Was für Ideale sind das überhaupt? Sehen wir uns das einmal genauer an und schauen wir uns einmal genauer den Mann an, der diese Verse geschrieben hat. Christian Morgenstern wurde geboren am 06.05.1871 in München und starb am 31.03.1914 in Untermais, Tirol. Er lebte also genau in der Zeit, in der Deutschland ein Kaiserreich wurde, geführt von einem preußischen Monarchen, der sich in militaristisch-narzisstischen Posen gefiel. Morgenstern starb in dem Jahr, in dem des Kaisers Herrschaft mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges seinen Höhepunkt erlebte. Der Untergang zeichnete sich bereits am Horizont ab, zumindest für diejenigen, die hellsichtig waren. Das gründerzeitliche Kaiserreich in seiner ganzen Borniertheit und Selbstherrlichkeit diente Morgenstern zur Folie einer tiefgründigen Komik und Kritik. Aus einer Familie von Landschaftsmalern stammend sollte Morgenstern Offizier werden. Er studierte Jura und gab schließlich alles auf und wurde Schriftsteller. Es kam zum Bruch mit dem Vater. Morgenstern lebte von Übersetzungen norwegischer Schriftsteller und wurde gegen alle väterlichen Unkenrufe hochberühmt für seine hintergründig komische Lyrik. 1905 erschienen die berühmten Galgenlieder, 1910 die Palmströmgedichte, von denen eines, das zitierte, mit dem roten Schnupftuch ist. Doch war Morgenstern alles andere als ein leichtlebiger Zeitgenosse. Die tiefen Fragen der Menschheit interessierten ihn Zeit seines Lebens. Morgenstern las Friedrich Nietzsche, Schopenhauer und wurde gegen Ende seines Lebens, er starb an Tuberkulose, die er sich als Kind bei seiner Mutter zugezogen hatte, ein großer Anhänger Rudolf Steiners. Auf dem Gelände des Gotheanum bei Basel ist er auch beigesetzt. Christian Morgenstern war beides, ein Mann, der es verstand, andere und sich selbst zum Lachen zu bringen und einer, der das Leben und die Politik sehr ernst nahm. Die wilhelminische Gesellschaft widerte ihn an. Zitat Es gibt nur eine Rettung, vor dem Ekel muss man sich durch Lachen schützen. Zitat Ende Und das tat er so gut er konnte. Wenn seine Landsleute in Deutschtümelei schwelgten, zum Krieg rüsteten und sich der ganzen Welt überlegen fühlten, aufgrund von was, konnte er da nur fragen. Die Deutsche Eiche, das gedruckte Buch, das wir Deutschen, sprich ein Herr Gutenberg, im Jahr 1450 angeblich erfunden hatten und in das Luther kurze Zeit später unser heiliges Buch, die Bibel, verwandeln konnte. Sicher, das waren hohe Ideale, die uns Deutschen sehr viel wert waren. Eichen pflanzten deutsche Politiker zur Morgensternszeit liebend gern als Symbole deutschem Nationalgefühls. 1886 hatte Christian Friedrich Schubert der Freiheit zählt, euphorisch ausgerufen. Freiheit, Freiheit, hörst du Tönen aus dem alten Eichenhain. 14 Jahre zuvor hatte sich der Göttinger Heimbund in einer mondhellen Nacht unter einer deutschen Eiche getroffen, um der Gottheit Natur zu ihren angestemmten Ehren zu verhelfen. Dem großen vaterländischen Dichter Klopstock waren Eichen als Gedenkbäume gewidmet worden. Seit 1848 galt die Eiche als das Hoheitssymbol für Gesamtdeutschland. Ja, selbst die keltischen Droiden hatten ja bevorzugt von Eichen ihre Mistelzweige gepflückt. Und Bonifatius höchstpersönlich fällte die Eiche des germanischen Gottes Donau bei Geismar in Nordhessen. Die Eiche, das war ein Symbol für die Ewigkeit. 30 Generationen konnte so ein Baum alt werden. Sie war unser deutscher Wappenbaum geworden und ihre Blätter zierten viele deutsche Münzen. Wie konnte man sie als Deutscher also nicht verehren? Oder das heilige Buch, die deutsche Bibel eines Martin Luther. Die Frage war nur, wie konnten diese Symbole deutsch-nationaler Identität auf ein Schnupftuch kommen? Auf ein Tuch, dem wir die Exkremente noch dazu, die Kranken unseres Körpers anvertrauen? Das war eine Entweihung Sondergleichen. Und aus dem Tuche wurde rasch ein rotes Tuch. Wie auch immer, Palmström hatte den richtigen Riecher trotz verstopfter Nase. Er erstarrte in Ehrfurcht und unterdrückte den natürlichen Trieb, der ihn fast dazu verleitet hätte, die höchsten Werte von uns Deutschen zu beschmutzen. Ungeschneuzt schreitet er von dannen. Er geht nicht, er schreitet, majestätisch, wie er sich für einen Menschen geziemt. Angesichts der Hoheitszeichen seines Vaterlandes, wobei er es sogar wagt, für diesen Akt patriotischer Treue ein neues Wort zu erfinden. Ungeschneuzt. Ehrfurcht und Zärtlichkeit bestimmen seine Gefühle. Ja, Palmström ist ein Idealist, dem wahren Guten und Schönen und Erhabenen zugetan. Wenn so ein Mensch unvermittelt plötzlich vis-à-vis der Schönheit steht, dann fühlt er sich nackt und bloß. Manche mögen diese Menschen für Kreuze halten, andere erkennen in ihren, den wahren Freund der schönen Künste. Denn eigentlich geht es ja auch darum, um Kunst, um die wahre Abbildung, die das Dargestellte in der Darstellung aufgehen lässt. Morgenstern selbst war sich seines Vatmalererbes, Vater und Großvater waren Landschaftsmaler, stets bewusst. Wie konnte er da nicht bewundern, wenn ein Künstler das Sein eines Dings so darzustellen wusste, dass man vergaß, ein Bild vor Augen zu haben, wie es eben jenen Palmström erging. An dieser Stelle war ein Enjambement angebracht. Auf dem Tuch ist eine Eiche. Versende. Neuer Vers. Dargestellt. Der Vers endet vor dem Wort dargestellt, das erst in der Zeile darauf erscheint. Ein Enjambement. Zunächst ist das reine Sein der Eiche angesprochen. Auf dem Tuch ist eine Eiche. Erst der folgende Vers klärt auf, dass es sich um ein Kunstprodukt, eine Darstellung handelt und nicht um das Ding an sich. Palmström jedoch verwechselt die Abbildung mit dem Urbild, dem Ding. Er vertauscht Kunst und Wirklichkeit, was dem Künstler offensichtlich nicht passiert ist, der die hohen Dinge auf ein Schnupftuch platzierte und damit eigentlich das Erhabene auf das Schrecklichste herabwürdigte. Palmström aber sieht das nicht. Und das gibt ihn der Lächerlichkeit preis. Er entpuppt sich als einer jener bildungshungrigen Spießer, die stets nach dem Höheren streben und Ideale hochhalten, die längst schon in den Niederungen der nicht idealen Welt angekommen sind. Aber irgendwie macht ihn uns auch das ein wenig liebenswert. Ich erinnere mich an ein Gedicht von Heinrich Heine, das ich als junger Studentin im ersten Germanistiksemester durch Käthe Hamburger, der großen deutschen Literaturwissenschaftlerin, kennengelernt habe. Es stammt aus dem Buch der Lieder, dem ersten Zyklus, die Nordsee betitelt. In dem Gedicht kehrt ein heidnischer Gott in sternenloser Nacht bei einer wunderschönen Fischerstochter ein. Sie steht hauernd vor ihm, gleich einer erschrockenen Lilie, also ebenso ehrfurchtsvoll wie Palmström vor der abgebildeten Eiche. Der Gott lacht liebessicher, wirft seinen Mantel ab und bittet um einen Tee mit Rum. Nun, Zitat, denn draußen war es kalt und bei solcher Nachtluft frieren auch wir, wir ewigen Götter und kriegen wir leicht den göttlichsten Schnupfen und einen unsterblichen Husten. So geht es einem, wenn man als kleines Menschlein einem Gott oder einem göttlichen Symbol begegnet. Man wird als Mensch sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Der eine früher, der andere später. Aber das auf jeden Fall. Nur gut, wenn man dann wenigstens ein wenig über sich selbst lachen kann. Und dann geht es um, wenn man dann auch ein wenig über sich selbst lachen kann.